hey leute und willkommen zur sechsten tür heute mittlerweile zum nikolaus hier zum adventskalender 2013 und ja eigentlich gucken was der baum bohrt sich auf was ist da los ich habe gar keine ahnung was das sein könnte ein waschbär nein ich wollte eigentlich dass das deinem chat kommt jetzt ist er kann dieses komische tings da ist ein bisschen spät aber okay nehmen wir mal hin so norm schlafen wir hier warte wo schläfst du rechts oder links ist mir egal ich bin rechts warte und ich kann sleep at night ich komme nicht ins bad okay es wäre der tag gut dann stell dich mal ganz majestätisch vor die tür das tor 6 dezember heute ist nikolaus norm plant den anschlag offizieller feiertag oh du bist so ein idios verrägt dir da erstmal was oh nee oh norm du hiesige oh nee dafür gibt es einen schlag normen 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 sag mal was oh ja geil ja dann ja schlecht normen schlechte qualität normen warst du eben da auch normen beschlecht weißt du das dann macht links mikro webcam ja norm hat wieder mal ein paar hallo ja 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 also gut hier das ist die map die heutige ja und ja hier versuch mal dein glück oh nein du bist schlecht ah nein ja da geht doch schlecht was willst du eigentlich meine sachen meine sachen wo gehst du hoch hab die jetzt verloren ja so schlecht ja sorry uns leider nicht irgendwie besser machen deswegen esse ich immer einen goldenen apfel ja weil du auch mal wieder runter fällst oh normen du bist schlecht machst besser wo muss man hier lang ja das den weg musst du selber suchen scheiße mann ich komm da nicht mehr hoch hab ich es schon richtig gemacht oh ich bin gleich drüben normen ich komm da nicht mehr hoch bist du blöd hä ich hab schon gewonnen was gewonnen gewonnen bist du behindert ah gewonnen gewonnen ooooooooh bist du runtergefallen hallo 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 kommst du echt nicht hoch sag wer du hast es doch gerade gesagt ah du hast dein blatt abgebaut da bin ich gerade eben rüber gekommen ich hab kein blatt abgebaut du hast ein blatt abgebaut sei ehrlich ich hab kein blatt abgebaut ehrlich probier was nein hör mal da schon wieder ich hab das jetzt einmal hier abgebaut hallo 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 komm ich bin jetzt auf die treppe geboxt oh normen du bist so übelst ne na übelse wichser warte hier ja einsicht einsicht hey nicht hacken hallo du bist so übelst hallo da kannst du den nehmen jetzt hallo 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 oh normen da ist doch scheiße hier schon wieder NEIN aha ah fuck äh normen das sagt man nicht äh das meine ich mit mir das sagt man nicht das ist voll das böse wort da kommt der nicolas heute sonst nicht bei dir du hast das gar nicht zu bestimmen mein freund oh ne ey warte mal ich bin glaube ich schlau übelst du und du hast es geschafft hierher ich bin jetzt hier oben und ich weiß nicht wo lang guck mal ich kann jetzt eigentlich drüben hinspringen und dann darüber laufen aha ach doch nein ich hecke nicht das hacken ist kein hacken hier geht's hoch oh leute sohn hier warte hier hast du eine liane runter super normen super du hiesel du hieselig du hieselig so leid ich weiß nicht wo ich gelang muss ja ich auch nicht ich weiß es noch weniger du komischer mensch ey boah du musst aber so frech sein gleich hua frecher du frecher oha 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 normen oha bist du oben nein nein oha normen ein obern utan haha hörst du mich noch nein nein ja ich hör dich aber leider ich hör dich leider ich glaub jetzt bin ich falsch gesprungen ja hoff oah diese map ist so schön so schön weihlich scheiße ja das sowieso oh ne ey ey wo muss man denn hier lang ey wo muss man denn hier lang auf die andere seite ah ich weiß wo lang glaube ich nicht wow wow wie soll ich denn hier rauskommen normen wo ich hab ein problem ich komm hier nicht mehr raus warte ich weiß den goldenen Apfel rüber ich kann hier auch nicht sterben nicht nein ich komm ah scheiß ja ich hab's geschafft ich bin weiter normen was denn warte ich guck gleich mal nach dir Hilfe warte siehst du mich ach ich seh dich warte kann ich hier noch ein bisschen weiter hochlaufen ich hab ein kleines problem kleines ja gut äh warte ich hab ein großes problem ich bin gar nichts gemacht jetzt auf dem level ja ach das fällt erst jetzt auf warte ich hack mich jetzt hier raus und fall runter damit ich auch gerecht bin boah gerechtigkeit boah gerechtigkeit ich hab so viel in dieser map hier gehackt ne das glaubst du gar nicht ehrlich na gut fly und so weil ich so ausgerastet bin ne da ist so ne so ne werkbank und so ein ofen müssen wir nicht sagen dass du am ende bist oder ähm ne ich bin hier in der mitte so ungefähr bist du unten ja ich bin in der mitte ne ich bin oben auf dem baum oh normen ja über dir bin ich so ist irgendwie ein weg hier hoch doch vielleicht gibts doch noch nen anderen hier ist ne kuh du alter hacker du wirst denn die hacken wir dafür hoch wie man will nein doch oh oh lol aber irgendwie muss das doch gehen ich geh jetzt hier rauf ne ok nein luka nein da war minecraft pg5 gar nicht mehr so blöd wer minecraft pg5 g5 oh gesundheit ähm oh no oh man ich bin wieder gefailt hast du runter gefallen nein nicht ganz nein oh ich bin nach oben ein stückchen oh ein stückchen aber hier komm ich nicht mehr zurück also hier komm ich nicht mehr rüber dann musst du runter fallen nein ich spring hier nicht runter ich suche jetzt nen weg ja dann bis morgen dann bis zum siebten denn heute ist ja der sechste weißt du heute ist der oh man runter? hä? hast du runter gefallen? nein 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 schade ah jetzt hab ich schon mal was gefunden wo ich nicht lang komme scheiße warte bist du wieder vorne bespätest du mir dass heute der sechste ist ja heute ist der sechste heute ist nikolaus ne? der sechste 13. 2016 sechste 13. sechste 13. ähm wie müsste ich denn überhaupt hier weiter gehen? hä? Norman ja ich komme wie geht's hier weiter? weiß ich nicht warte ach hab ich das hier vorne nicht wegen dir? jetzt bist du auch wieder unten oh no wie hältst du das aus ey? tja ähm viel geduld Norman viel geduld du hast grad bei mir geleckt ja das siehst du auch schon aus bleib noch an werd ich mal ausmachen fuck ey ich geh jetzt hier hoch und bemerke dass das blöd war aha weil ich jetzt ein Problem hab warum leckt denn das bei mir jetzt so? tja no neun 30 fps ich bin übrigens runter gefahren ja? ja schade das tut mir ja voll leid jetzt du bist doch nütiger ich sag ich schwöre dir ne was schwörst du mir ja? keine Ahnung irgendwas dass du Brody von Ali Baba bist mann mann diese Map ist so äußerst schön und überhaupt nicht gewaltverherrlichend beziehungsweise gewaltverherrlichend beziehungsweise gewaltverherrlichend ich möchte auch niemanden gerade töten ach quatsch du der zweit netteste mensch den ich kenne neben? neben äh mir selber du bist so selbstbezogenes etwas ey wie komm ich denn hier weiter? oh Norman helf mir mal wie bist du da hingekommen? Norman du scheißhacker warte mal dann muss ich auf die andere Seite oder? oder Norman oder Norman ja ach warte mal so aha aha ok was mach ich jetzt hier? da hoch schläg mich doch am Zückel was? nein scheiße oh nein das ist gerade blöd äh nein ey ne ne nein was soll denn das ist dein? ach Gott wo der komm ich rüber glaube ich aber noch nicht geschafft fast wo bist du? äh hier drüben ich springe jetzt gerade wieder auf den bäumen rum und ähm falsch bin falsch geh bist du runtergefallen? passt jetzt bin ich runtergefallen ah fuck aber vielleicht komm ich hier wieder hoch warte ich guck mal 10 Minuten hast du eigentlich immer für so'n Part eingeplant? ich mach mir grad eher Gedanken mit dem Fenster das knackt so merkwürdig ah quatsch wenn der scheiß Wind dagegen geht knackende Fenster sind doch immer gut hab ich gehört ja aber nicht wenn draußen schon die Bäume so rumbackeln doch doch das ist doch gerade gesund oh lol jetzt muss man zu gießen ey was ist denn da los? unten wird da wow wer ist der? Xaver Savas also cool Savas nein Xaver 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 keine Ahnung einfach der Stuch auf jeden Fall ist der merkwürdig drauf anscheinend sehr wütend der ist doch eigentlich also mir war der eigentlich voll sympathisch gewesen damals ja damals in der Schule ne? ja ich war ja mit ihm in einer Klasse gewesen da saßen wir neben dir ne? hat zwar manchmal abgeschrieben aber naja man hilft ja irgendjemand anderen Leuten das ist nur ganz normal dass die abschreiben also vor allem weil du ja so'n Streber bist ja also ich bin ja der größte Streber denen eigentlich so so ja du bist ja nicht behindert nein kommt man hier weiter ich bin jetzt schon wieder irgendwo nein ich war am Ziel fast ich war wirklich fast am Ziel oh ich bin hoch oh schlägt mal oh zero ey zero 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 ähm nein nein ich will da nicht lang oh schlägt mal ja geschafft ach ich bin gar nicht äh ich bin gar nicht runtergefallen man muss hier sogar her hier ist ein Ofen geil Norman war hier eher als du kack noob Nikolaus oh Nikolaus ich fieh aus dir dich raus du schlässlicher Bastard oh nein nein ich bin runtergefallen und zwar was würdest du sagen wenn ich dir jetzt sage ich hab das äh Dings geschafft dass du hässlicher bist oh ich bin ganz runter ich hab's geschafft komplett runtergefallen schlägt mal doch im Zickel hier meiiiiner Fresse ja ich bin weiter ich bin gut seht ihr ja auch ne ich hecke überhaupt nicht ähm diese Map ist leicht aggressiv machend wie muss ich denn jetzt langen ich versteh ich versteh diese Map also die ist merkwürdig die ist wirklich sehr merkwürdig ähm schon wieder ein Problem hä? du musst ja du musst die craften ach scheiße schlecht noch ach kacke das wollte ich bei den triumph hier so schön mutterfangeberisch feiern warte mal das könnte gehen warte mal ich könnte darf ich fliegen? ja klar ah du bist ja hier unter mir ich bin unter dir ja ich glaub auch du Kremlin du Kremlin ich geb dir gleich Kremlin was könnte man aus deiner Position was könnte man aus deiner Position jetzt machen? ey diese Map ne? die ist so schön schön scheiße äh oh kannst du nicht mal irgendwas leichtes geben? oh guck mal da ist ne Lücke entstanden wie kommt die denn da noch hin? wo? hier am Baum hier guck mal wie kommt die da hin? hier vorne offen da? ich weiß nicht ich hab's nicht genau gesehen hab nicht hingeguckt auch nicht scheiße schade 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 scheiße nein ja hier 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 oh okay ich hab nichts gesagt wir sind doch verarschen oder? ne wieso wieso was ich bin zu blöd dafür ey ich bin echt zu blöd einfach nur dafür warte Norman hast du hier irgendwas gemacht dass man das nicht lösen kann? du oh oh ja also ihr seht schon ne? diese Sprünge die lassen den Server schon so erblassen dass er einfach mal abstürzt das war natürlich auch ein Profisprung das kann man gar nicht besser machen da stürzt einfach der Server mal ab das kann passieren und äh ist ganz normal und dass der Norman jetzt weg ist ist einfach nur von Neid ablast also das ne also ja ne ja also ich find's schön dass genau jetzt wo ich gerade gesprungen bin der Server abgeschmiert ist überhaupt kein Problem für mich also äh ja war natürlich sehr passend aber äh ja okay ist okay ist komplett äh legitim ja ja ist okay gut dann würde ich sagen sehen wir uns nächstes mal wieder also morgen vor dem Bett und zum siebten Türchen und äh ja vielleicht ist Norman wieder dabei vielleicht auch jemand anders mal sehen vielleicht ja auch ihr wie gesagt ihr könnt weiterhin in die Kommentare schreiben wenn ihr dabei sein wollt Norman du hässlich warum bist du weggegangen Norman 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 du kannst dich in der abmoderation hallo oh lol warum bist du weggegangen mein PC ist abgestürzt das Server ist auch einfach weggegangen genau wo ich gesprungen bin du hässlich ja ich dachte mir so wofür war alles schwarz wurde so oh scheiße mit den Aufnahmen gleichschloss und dann im nächsten Moment dachte ich mir so hm das ist aber auch abgestürzt in der Backkraft im letzten Sprung hm ich war aber genau im Sprung und da ist er weg hm ich hab mir grad so die Arsch abgefeiert hm hm ich hab schon gesagt äh dass ich euch einen schönen Nikolaus wünsche und so weiter und hm ja bei mir auch hm dann bis morgen zur Tür 7 hm 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 na gut dann äh würde ich sagen sehen wir uns morgen wieder Tschüss Tschüss Oh ne ey Oh ne Oh Gott ich brauche nur einen Rechner alter unnütz Oh Gott ich brauche nur einen Rechner alter unnütz Oh oh oh